Hey yo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zum ersten Video hier zu EAFC24. Es ist endlich wieder soweit, die schönste Zeit für mich zumindest, was das Thema Gaming angeht, wenn die ersten Wochen des neuen, ich wollte schon fast sagen FIFA teils, aber ihr wisst Bescheid, EAFC heißt jetzt, müssen wir uns erst mal wieder alle ein bisschen dran gewöhnen, aber heute gibt es erstmal vorweg eine kleine Information und zwar morgen werden wir rein starten mit einem schönen Web App Stream, ich denke mal so gegen 18, 19 Uhr werden wir auf jeden Fall live sein, deswegen schaut definitiv bei Twitch vorbei Freunde, da geht es nämlich die nächsten Tage richtig ab, am Donnerstag werden wir dann auch so ungefähr ab 20 Uhr so einen kleinen Release Stream machen, so nach 0 Uhr schon mal ein, zwei Stündchen reingehen und dann ab Freitagmorgen, Samstagmorgen, Sonntagmorgen werden wir auf jeden Fall richtig, richtig, richtig Gas geben, ja die ersten Spiele machen, ein bisschen traden, SBCs, ein paar Packs öffnen, falls wir denn dann schon, ja uns welche ergattern konnten, also dann geht es auf jeden Fall richtig, richtig los, ich freue mich drauf, wie gesagt, schaut gerne dann, ja vorbei Freunde bei Twitch, da werden wir richtig, richtig Gas geben und genau, ansonsten bei Instagram findet ihr alle Informationen, wann, wie, was, wo, aber heute soll es dann jetzt endlich losgehen mit dem Thema, ja was kaufen wir überhaupt ein, Freunde, ja was kaufen wir überhaupt ein, wie schaut es aus, was sind absolute No-Brainer-Karten, mit welchen Karten könnt ihr definitiv eure Coins verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen, je nachdem, wie es natürlich auch läuft und ganz wichtig zu sagen, Freunde, das sind jetzt hier so ein paar Tipps, die sage ich mal 2, 3, 4 Tage nach Webapp, ja, sage ich mal schon mal ein bisschen mittelfristig interessant sein könnten, sprich, es geht jetzt hier nicht darum, wie mache ich meine ersten 30, 40k, sondern wenn ich die dann habe, da gibt es genug Videos, könnt ihr euch auf YouTube anschauen, wie ihr das auf jeden Fall easy hinbekommt, sondern es geht wirklich darum, auch mit Blick auf die erste WL, wie kann ich meine Coins bestmöglichst, ja, investieren, beziehungsweise aus Karten mehr rausholen, Freunde, und zwar dann fangen wir direkt mal an mit einer absoluten Banger-Karte, Freunde, wenn wir uns das letzte ja anschauen, und zwar ist die Rede, von Kai Walker, manche würden auch sagen Kylo Walker, man weiß es nicht, aber nein, Spaß beiseite, schaut ihn euch bitte an, letztes Jahr, man konnte ihn hier ungefähr, so, ich glaube, es ging so, ja, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann der Release dann offiziell war, aber man konnte ihn sich am Anfang, ihr seht schon, ich glaube, ich weiß noch, zur Webapp-Phase, hat er ungefähr 40k gekostet, und ihr seht, was für einen raketenhaften Anstieg, 110k ist er dann hochgegangen auf 150 zwischenzeitlich, und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, warum unbedingt Kai Walker, oder warum ist er auch vielleicht in diesem Jahr extrem interessant, und das hat einfach damit zu tun, wenn wir uns hier mal wieder anschauen, in der Premier League sowieso die, ja, gehypteste Liga, beziehungsweise die meistgezockteste Liga, wahrscheinlich auch wieder im Ultimate Team dieses Jahr, ihr seht's, vom Rating her, werden wahrscheinlich viele anfangen, erstmal mit Karten zu spielen, wie beispielsweise hier diesen Malo Augusto mit 86 Pace, Franzose, Premier League, wird wahrscheinlich am Anfang eine sehr, sehr gehypte Karte sein, aber ihr müsst immer wissen, die Leute machen natürlich dann auch, je länger das Spiel draußen ist, machen die natürlich auch umso mehr Coins, sprich, sie wollen irgendwann upgraden, so, und zum Upgraden muss man ganz ehrlicherweise sagen, gibt es gar nicht mehr viele Karte, klar, wir haben vom Rating hier, Trent Alexander-Anon, Trippier, aber die Karten spielt keiner, ja, wir wollen definitiv schon ein bisschen Pace, ich würde sagen, gut, wir haben mittlerweile Lengthy, aber so um die 85 Pace sollte wahrscheinlich so eine Karte aufwärts schon haben, auf der Außenverteidigerposition, und ihr seht, es gibt hier wirklich, wirklich nicht viel Alternative, deswegen meiner Meinung nach, Kai Walker definitiv wieder ein Spieler, der, ja, zu 100% steigen wird, auch wenn er natürlich im Vergleich zum letzten Jahr ein kleines Downgrade bekommen hat, aber Kai Walker für mich trotzdem noch die beste Rechtsverteidigerkarte aus der Premier League, und es ist ein absoluter No-Brainer, das muss man ganz klar sagen. Ja, eigentlich gilt dieser Tipp wirklich auch für alle, alle Außenverteidigerkarten fast schon, wir schauen uns zum Beispiel mal Theo Hernandez an, Freunde, letztes Jahr, und hier kann man genau das Gleiche eigentlich sehen, am Anfang habt ihr ihn bekommen auf ungefähr 40k, war zu seinen höchsten Zeiten bei 96, natürlich muss man hier ganz klar sagen, warum er nicht so teuer ist, wie beispielsweise Kai Walker, hat natürlich einfach mit der Liga zu tun, ja, Serie A ist natürlich nicht so ganz gefragt, aber je nachdem, was ihr halt eben für Teams bauen wollt, habt ihr zum Beispiel Lust auf ein Bundesliga-Starter-Team, perfekt, das war mein Handy, Ruhe, habt ihr Bock auf ein Bundesliga-Starter-Team? Dann natürlich auch ein Alphonso Davis, auch der wird mit Sicherheit wieder eine No-Brainer-Karte sein, die steigen wird, ihr seht, ungefähr 20k, ist auf 61 hochgegangen, klar, wir haben dieses Jahr noch Grimaldo, der vielleicht auch nicht schlecht ist, aber auch ein Davis ist eigentlich die bestmöglichste Karte, auf die ihr upgraden könnt, und das ist eigentlich immer eine safe Bank, sage ich euch ehrlich, ja, Außenverteidiger, quasi die beste Karte, die ihr am Anfang ohne Special-Karts holen könnt, die werden, werden alle steigen, natürlich, wie gesagt, Premier League natürlich sehr, sehr gehypt, eine andere Karte, die auch jedes Jahr wirklich super funktioniert, ist Ferland Mondi, ihr seht's am Anfang hier auch um die Pan 30k, geht auch auf über 100k hoch, man muss sagen, Spanien auch gar nicht mal so uninteressant, viele coole Karten, mittlerweile ja auch am Start, gerade ja auch wegen Jude Bellingham, der ja gewechselt ist, viele coole Mittelfeldkarten, vor allen Dingen auch in der LaLiga, und jetzt muss ich mal kurz gucken, genau hier, ihr seht's, Freunde, Linksverteidiger bei LaLiga, es gibt hier wirklich keine richtige Konkurrenz, klar, wir haben Balde für den Anfang, aber der hat 64 Physik, ja, und ihr wisst, Freunde, wir wollen richtig, richtig Pacen, dann auch das gesamte Spiel über hoch und runter laufen, deswegen, es gibt hier keine Alternative, ja, also schaut's euch an, die anderen Karten sind wirklich alle sehr, sehr Low-Rating-mäßig, ja, Acuna mit 75 Pace spielt auch kein Mensch, deswegen Farland-Mondi und Walker für mich die zwei Spieler, die zumindest auf der Außenverteidiger-Position mit Sicherheit ordentlich, ordentlich Gewinn machen werden, oder mit denen ihr Gewinn machen könnt, besser gesagt, und wenn man sich generell mal die Außenverteidiger-Position anschaut, ja, muss man ganz klar sagen, gut, hier zum Beispiel würde ich ein bisschen aufpassen, ja, in der LaLiga, beziehungsweise generell Frankreich, ja, wir haben sie hier am Start, sie sieht auch nicht schlecht aus, also von den Ratings her, ne, klar, ja, da würde ich vielleicht ein bisschen aufpassen, wir haben noch Nuno Mandisch, der vielleicht auch wieder gut sein könnte, also da ein bisschen Vorsicht, ansonsten, Hakimi, ja, ist definitiv auch noch eine Karte, wo ich sagen würde, die wird auch relativ interessant sein, ist eigentlich auch, wie gesagt, ein absoluter, ein absoluter No-Brainer. Dann kommen wir noch zu einer Karte, die vielleicht dieses Jahr wieder sehr, sehr gefragt sein könnte, im Vergleich zu den, oder im Vergleich zum letzten Jahr, das ist zum Beispiel Markus Rashford, der hatte letztes Jahr wirklich nur eine 81er-Karte, wenn ich mich glaube ich recht entsinne, wir können nochmal ganz kurz reinschauen, genau, 81er-Karte, da sollte man natürlich die Finger von lassen, von solchen Karten, weil die droppen, ja, auch das nochmal wichtig, Freunde, wenn ihr so Karten habt, 81er, 82er-Rating, zum Beispiel auch ein Opender von Leipzig, das werden Karten sein, die am Anfang wahrscheinlich ein bisschen was kosten, die werden dann aber sinken, ja, also da bitte die Finger von lassen, wie gesagt, Rashford hier aus FIFA 22, ihr seht es, Freunde, am Anfang, wenn man ihn sich direkt gesnipet hat, ungefähr 47k, der ist ordentlich explodiert, ja, der ist ordentlich explodiert, im Jahr davor war es sogar, glaube ich, noch ein bisschen extremer, da lag der hier, ihr seht es sogar bei 291, dann in der Spitze, war auch extrem teuer, ja, aber klar, das sind Karten, kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, habt ihr bis dahin die Coins, habt ihr vielleicht schon einen dicken Spieler gezogen, aber ich finde Rashford daher ganz interessant, weil wenn wir uns mal anschauen, klar, wir haben noch Son, gar keine Frage, obwohl man sagen muss, bei Son war das Player Model jetzt auch nicht so gut, ja, muss man ehrlicherweise sagen, letztes Jahr, ansonsten, ja, Martinelli, Sterling, da gibt es natürlich ein paar Kandidaten, wo man sagt, okay, auch ein Luis Diaz, das könnte eine Konkurrenz sein, aber wir haben halt bei Rashford, ne, 5 Sterne Skills, wir haben vor allen Dingen auch eigentlich gutes Pace, guten Schusswert, das sieht schon wirklich sehr, sehr stark aus, also würde ich sagen, ist wahrscheinlich nach Son, je nachdem wie er sich spielen lässt, wahrscheinlich der zweitspannendste Flügelspieler, ja, also von dem her auch ein Rashford sollte man dieses Jahr zumindest mal auf der, auf der Liste haben, ja, oder zumindest mal im Hinterkopf haben, ob es die Topkarte ist, weiß ich nicht, wie gesagt, mein Tipp wirklich an euch, Freunde, schaut euch Außenverteidiger an, wie beispielsweise, wie ich eben schon gesagt habe, ein Walker, wie ein Ferdinand Mondi, vielleicht ein Hakimi, das sind eigentlich Karten, mit denen ihr wirklich nichts falsch machen könnt, also bevor ihr in irgendwelche Mittelfeldkarten investiert, wo es reichlich, reichlich gibt, passt da ein bisschen auf. Ja, dann noch vielleicht ein kleiner Tipp, und zwar Antonio Rüdiger beispielsweise, da hat man letztes Jahr auch gesehen, wo die Reise hingehen kann, wenn wir uns den jetzt mal anschauen, hat wieder wirklich eine sehr, sehr stabile Karte, jetzt gucken wir ihn uns nochmal im letzten Jahr an, 87er Rating, gut, hat einen Downgrade bekommen, muss man sagen, ja, aber auch ein Rüdiger, ihr seht es hier, Waungebergfall, 47k, in der Spitze 151, und wenn wir uns jetzt mal die ganzen Innenverteidiger angucken bei La Liga, klar, Koundé, beziehungsweise Edamilitao wird wahrscheinlich extrem teuer sein, ja, das ist ganz, 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 ganz klare Sache. Arauhu, ja, könnte man vielleicht auch spielen mit Lengfi, könnte, könnte interessant werden, aber ihr seht auch hier, es gibt nicht viele Verteidiger, also wenn man das zum Beispiel mit der Premier League vergleicht, gibt es bei La Liga wenig Verteidiger, ja, wo ich sagen würde, boah, das sieht ja richtig, richtig, richtig gut spielbar aus, ja, vor allem haben wir mit Rüdiger, mit 86 Fürsic, halt auch ein richtig, ein richtiges Tier wieder hinten drin, ähm, also, ne, schaut euch wirklich so die Top-Ligen an, schaut euch die Positionen an, wo man sagen kann, okay, oder beziehungsweise denkt immer noch einen Schritt weiter, ja, schaut nicht da drauf, ah, wer sieht denn am Anfang gut aus, sondern guckt schon mal, wen könnte man wirklich upgraden und wen werden viele Leute vielleicht in der Woche upgraden oder wenn das Spiel dann draußen ist, ja, wen möchten die Leute in ihr erstes Weekend-League-Team dann reinbauen und das sind dann eben diese Karten, wie zum Beispiel so ein Kondé, ein Rüdiger, der wahrscheinlich gespielt wird, wie gesagt, Meditau werden sich wahrscheinlich die wenigsten leisten können, aber auch ein Araucho vielleicht, also guckt da wirklich, ähm, was da, ja, was da einfach passt und, wie gesagt, lasst ein bisschen die Finger von solchen Karten oder beziehungsweise, was heißt, lasst die Finger davon, aber klar, den meisten Profit werdet ihr definitiv mit den Top-Ligen machen, zum Beispiel, wer natürlich auch extrem gut aussieht, ist ein Frimpong, ne, damit werdet ihr auch mit Sicherheit Gewinn machen, aber natürlich nicht so einen dicken Gewinn wie beispielsweise mit einem Kai Walker, ja, weil natürlich Bundesliga, Premier League, das ist natürlich einfach nochmal, das sind nochmal zwei, ähm, verschiedene Paar Schuhe. Ja, Freunde, das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein, also das sind so die Karten, wo ich am Anfang, ähm, schaue, natürlich gibt es noch viel, viel andere, auch, ähm, im Stürmer-Bereich, auf den Flügeln und so, aber, ähm, gerade Außenverteidiger, da werde ich definitiv am Anfang drauf schauen, weil sie natürlich auch noch nicht so teuer sind wie Offensivspieler und man dann, glaube ich, schon echt ganz, ganz, ähm, gute Coins mit denen machen kann, plus man kann sie zocken und dann kurz vor der ersten Weekend League, ich denke mal so Montag, Dienstag, Mittwoch, dann auf ihrem höchsten Punkt dann, äh, ja, verkaufen und wie gesagt, nochmal ein wichtiger Tipp, steckt nicht alle eure Coins, die ihr am Anfang habt, alle ins Team, sondern behaltet euch wirklich, ähm, ja, einen guten, einen guten Bruchteil dafür auf, um, wie gesagt, ein bisschen zu traden, um euch, ähm, vielleicht ein paar Spieler drauf zu packen, die dann steigen werden und, ähm, ja, dann wünsche ich euch einen guten Start in EAFC24, auch hier auf YouTube wird es dann wahrscheinlich, denke ich mal, Packs, ähm, Teambaus, alles Mögliche dann in den nächsten, ähm, Tagen und Wochen kommen und dann, ähm, würde ich sagen, sehen wir uns direkt morgen im Stream zur Web-App, zum Web-App Release wieder und dann hoffen wir, dass wir schon richtig gute Packs ziehen und schon ein bisschen traden können und dann würde ich sagen, haut rein, Freunde, lasst gern ein Like da, abonniert gerne den Kanal und ciao, ciao.